der geht da wirklich nicht weg ich sehe ihn aber warum nicht ah doch da ich steht an der Tür und start die Tür an oder was oh scheiße ich darf den Mods nicht lang genug anstehen sonst bemerkst du nicht du darfst es ihn nicht angucken was mache ich ich könnte mich jetzt wegschleichen soll ich das mal probieren mochtet es steht ja nur da an der Tür ich kann ja nichts anderes gerade tun ich kann einfach nur hoffen ja es bleibt da einfach stehen dann gehe ich jetzt mal schleichen vorbei und hoffe einfach mal das andere Monster ist weg weil es dreht sich anscheinend nicht um scheiße das ist andere Monster und das andere Monster ist weg toll und jetzt wieder die Tür zumachen ja das Monster komm oh es hat was gehört es hat was gehört aber nichts gesehen ah doch es hat's gehört man darf also keine Türen zu machen das kriegen sie mit toll das kriegen sie mit so ein scheiß so ein scheiß zuschlagen der Türen kriegen die mit ey das ist ja voll behindert ich renne jetzt mal wieder weg hoffe einfach mal es kommt nicht nach doch das ist genau hinter mir super wo soll ich denn hin teleportiert sich das Vieh oder was keine Ahnung es rennt auf jeden Fall verdammt schnell anscheinend ich bin tot das rennt mir immer noch nach ja geil Schatz das war mir klar ich wollte mich jetzt einfach rumdrehen weil es keine Chance war es ist mir diesmal unendlich hinterher gelaufen was soll man machen darfst mich aufgeben ja was soll ich machen nein das hat mir genau hier gespeichert du willst mich doch hey der hat sich weg teleportiert nicht deine Hand nicht dein Ernst das ist jetzt ein Scherz das Monster hat sich eiskalt weg teleportiert in dem Raum wo es uns erwischt hat da wo wir in der Sackgasse saßen wo ich die Tür zugemacht habe wo es aufgehört hat da war ich jetzt gerade drin hast du ja gerade gesehen und jetzt ist verschwunden angeblich logisch das ist einfach verschwunden puff weg das war aber eine andere Ort das war der Ort wo du die eine Zwischensequenz hatte die Tür doch weil der wo du dich vorhin versteckt hast wo die Tür aufgenommen hat das war hier also habe ich kein ja stimmt hast recht ich habe keinen Hammer und keinen weißt du mehr doch hast du nein habe ich nicht da doch hab ich lol what the hell ich kapiere es nicht ich gehe jetzt da rein scheiß hoch ah deswegen braucht man den Hammer und den Meißel wahrscheinlich what du willst mich verarschen diese Gegenstände können du nicht für dich überwenden wirst du mir ne ne lol wie soll ich die da noch kriegen diese Gegenstände okay mal wieder einen Questdialog nachschauen würde ich sagen ja bin ich auch dafür keine Memories vorhanden toller Questler also quasi Ratespiel diesmal ist das Monster da nicht aber es heißt nicht dass es dann nicht irgendwo anders ist also wir müssen hier irgendwo in den Räumen weitersuchen bleibt uns gar nichts kriege ich jetzt vielleicht wieder Öl wäre ja super geil ne oder doch cool mit einigen Tropfen Öl wohl ist hier gefüllt das kein Monster okay dann gehe ich jetzt hier mal rein jetzt mal wieder ein ich weiß was sagt man nicht in den Spielens Fragen aber ein jetzt sind der Logik okay ich halte die Fresse Tür wieder zu vielleicht die Tür bitte wieder zu machen bevor irgendjemand machte das zu finden die viele größten zwei zwei auch Prozent noch Prozent Prozent Arten irgendwas mit dem Bett das hier in der Lof ist also ich kann die irgendwo Flüchtung mit dem Bett muss ich irgendwo anschieben und da kann man der Buch flüchten fragt sich nur wo fragt sich wo ja hier gibt es also irgendwo ein geheimgang ist da draußen irgendwas ist aber nicht okay sicher gehe ich jetzt hier um ich höre was ich hasse es wenn ich irgendwelche geräusche ein monster grün ist altmodisch das war ja schon im ersten erschreckend aber jetzt kann ich es man kann gewöhnt da unten ist ein gitter wo man reinkommt hoffentlich ist es gut da ist ein schloss davor das monster ein robustes fein geschloss gut versichert wie soll ich jetzt das aufkriegen was ist denn den ganzen scheiß ich weiß nicht ich weiß überall drin wo soll ich hin ich werde den kleinen weiß minimap um in der ecke wäre ja auch nicht mal schlecht ja und irgendwelche hinweise ah suche einen anderen weg um das versperrte tor du musst hinter irgendeinem bett krabbeln irgendwo hier müsste beim bett was sein angeblich irgendein bett also darf man jetzt betten zu tun ein bett zu spielen stich voll drauf und da kommt man nicht mehr das bleibt verschlossen hier unten ist es nicht definitiv nicht da muss ich um irgendwo ein Bett sei bitte nicht da und sagt g jetzt sei ich da danke so schieben wir das mal hier nö das ist eh umgekippt das kann also gar nicht sein hm vielleicht eh bei dem Raum wo wir es gelesen haben vielleicht unterm Bett das kann sein ah schau mal an also war ich nur blind Gefängnis nur Block das Loch ist zu schmal um hinein zu schlüpfen ok warte da können wir nachhelfen perfekt rein da wow ich geh auch einmal ganz kurz mit Meisel da ran und alles bricht ein ja aber es wird immer spannender ich muss sagen es gefällt mir immer mehr trotz Monster ich bin auch ein bisschen abgehört man merkt es glaube ich auch ich bin nicht mehr so leicht schreckhaft aber es ist wirklich schon manchmal echt gruselig wenn es irgendwie so passiert aber Jumpscares hasse ich immer noch da kannst du sagen was du willst ich gehe jetzt hier mal ohne Laterne durch das ist ein enger dunkler Gang da kann ja wohl kaum ein Monster kommen da kann aber ein guter Jumpscare kommen ja das ist wahrscheinlich links oder rechts ich gehe mal links ah da geht es nicht weiter kann ich sagen ich kriege jetzt einen Jumpscare nein nicht Gott sei Dank normalerweise immer einen falschen Weg geht kriegt man einen Jumpscare also auch einen falschen Weg solchen ah kann man wegkommen oh ich habe schon den Ausgang gefunden ob das gut ist und ob ich mich freuen soll ist die andere Frage da ist sehr dunkel da ist hell ich gehe mal lieber ins dunkle zuerst und der Treppe nach oben nein ich gehe da doch noch nicht ey warte mal du sagst doch diese Viecher sind deine eigene Fantasie ja wie kann die Fantasie dich töten es lässt sich nicht bewegen ah jetzt sind wir an der anderen Seite des Schlosses da wurde es oh scheiße nicht gut gar nicht gut es ist auf der anderen Seite dieses Schlosses wo wir hin sollten geht auch eine Treppe wo geht es hier hin Lagerraum ich gehe gleich ins Lagerraum das heißt nämlich dass wir irgendwas brauchen es hat geklopft herein herein ich sagte herein Licht finde ich gut meine Lampe wird nämlich immer leere kann man da jedem die was machen schon nicht mehr ok weiter Küche es klopft hier die ganze Zeit irgendwo Lagerraum wir wollen ins Lagerraum definitiv bei Lagerraum heißt dass wir was finden müssen wahrscheinlich wieder oh das ist nicht gut Lagerraum äh äh Monster bin ich da was ist das Mods jetzt denn äh äh die haben gerade geredet wo das Mods gekommen ist es war keine Fantasie diesmal oder was 2nd August 1831 wir müssen wieder drei Zeiss rum es ist ein Heven in der Mitte einer riesigen Forrest und der letzte Stopp bevor meine finalen Destination Kostel Brennenberg es lebt in die 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 das aufgenommen haben müssen wir noch was anderes aufnehmen jetzt werde ich glaube ich die noch nicht schlafen was wirst du noch nehmen keine Ahnung ich brauche jetzt meine schokolade so viel monster alter schlimm dass ich so hart durchhalte gerade ich bin so stolz auf mich alle aufgenommen umbückel ja alle leuchte bot zu können ich muss mal ganz kurz an den tisch weil dort noch haribu ist warte 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 ich hab mich alter fick dich auto ich will mich gerade umdrehen und zu meinen tisch greifen und dann sieht er so ein licht auf einmal vor wegen verstecken bückel schuldigung so geschleichen können haribu schlecht werden gut nur hart ich brauche mal verstands klaster ok und es ist immer noch da es kommt versucht mal auszutricks nicht machen auch schlau und gehe woanders hin hey jemand helft Christ ich glaube nicht das ich meine warum ich meine was soll ich was soll ich tun ich kann es nicht ich kann es nicht ich verdiene das es war nicht meine fault warum musste er da rein gehen gar nicht ich pf brennende häuschen m brennende häuschen m m m m ich wäre auch glücklich wenn das Haus brennt Die Steine sehen irgendwie so auffällig aus Kann ich das Bett irgendwie Ja, ich kann es irgendwie schieben Aber echt schwer nur Ist gar nicht so einfach Weil die Maus sieht irgendwie aus, als könnte man du Ne, doch nicht Wäre zu schön Machen wir die Tür Gehen wir mal wieder raus Oh Oh Schande Eine Leiche Ich habe die erste Leiche im Spiegel gefunden Ne, die zweite Wirklich? Ach, stimmt die auf den Wasserding, ne? Meinst du? Dritte Okay Ich weiß nicht, wo du so viele Leichen gesehen hast Ähm, in den Raum, wo wir uns verstecken mussten In den Schrank, da unterm Bett Stimmt Okay, wir haben schon ein paar Leichen Das ist der nächste Zettel Gott sei Dank, der zweite Wir sind nicht am dritten vorbei Ich höre gerade schon Ich höre gerade schon Halleluja-Scheiß Und das ist immer noch derselbe Amnesia-Zong-Track Hm Ich kann's ja mal umstellen, wenn du dich zu sehr fährst Ich mach gerade Oder ausmachen Ah ah Ich hab Nervenabend wieder Mhm, ich auch Ich hab sogar ne Glocke, weil ich nämlich Schokohasen esse Ernsthaft? Muster Schokohase, keine Ahnung Ich hab den gefunden im Kühlschrank und hab mir gedacht, wie geil Als Kind hatte ich damals Lass mich lügen, 30 cm Weihnachtsmann Nice, oder? Das hatte ich als Kind Ich hab das in meinen 24 Tagen weggehabt Das war ein Lagerraum Das könnte nur als Kulking Das war ein Problem Hä? Ein Lagerraum ist das Monster Wir sind jetzt in den anderen Weg gegangen Wir kommen niemals außen rum Wo gehen wir? Wir müssen doch bestimmt in der Lagerraum Wir müssen wahrscheinlich zu 100% ins Lagerraum Wo weißt du in das ein Lagerraum das Monster ist? Da kommt ein Monster Ich hab's gerade cool hören Gut, dass ich im Dunkeln die ganze Zeit schon bleibe Ja, da kommt ein Monster Verstecken Zeit Verstecken Zeit Verstecken Zeit Irgendwo verstecken Am besten im Licht Kann man die auch ausmachen? Ich hör nicht ins Monster, komm Bisher Guckst du jetzt den Arsch der Leiche an, oder was? Ja, was hab ich sonst? Ja, warte Total unauffällig Wo ist das Monster... Ist es weg, oder was? Sie ist wieder weg � lob eruiert Troll doll doll doll... Wo bist du hin? Das kann gar nicht so weit sein, dann Licht... Licht ist immer gut Kann ich mich mal auftanken hier. Also kann man vielleicht doch außen rum gehen. Das ist ja meine Rettung. Ey, ich hab da irgendwas gelesen von wegen Sonne und bla. Toll, schon wieder ein Schloss. Es ist bereits sehr schlecht Zustand. Warte. Notiz lesen bitte. Das Tod, durch das du diesen Bereich verlassen kannst, ist durch einen alten Schloss abgesichert. Also können wir es vielleicht zerstören. Sind Buxer. Okay, lass mal gucken. Nein. Nein. Ich hab noch zwei Haribos und die muss ich mir jetzt für den Ende des Sexplays aufheben. Lass das Spiel heute mal durchspielen. Oh, schon wieder eine Vision. Bei einem Gang. Hey du, halt. Was? Ich will nur weg. Du kannst nicht raus gehen. Es ist zu gefährlich. Ich erzähle Gabriel. Ich schaue das sehr viel. Wie unheimlich, ey. Diese Geschichten immer. Ich höre das Monster. Na wo? Ich höre Musik. Ich höre... Da. Okay, das kommt scheiß gut. Ja, es kommt zu uns. Das ist gar nicht gut. Kann ich vielleicht die Tür aufmeißeln? Nein, kann ich die aufbauen? Nein, kann ich die... Nein, ich bin tot. Ich verstecke mich mal hinter den Kisten. Ich hoffe einfach mal drauf, dass...